Freunde, 14 Uhr, Video von mir, und zwar heute ein geiles, wir bringen wieder, ähm, warum wuchs denn raus? Ja, das Wetter ist scheiße heute, aber macht nix, wir haben hier wieder geile Bestellungen, die wir zu euch nach Hause bringen. Guckt euch mal kurz hier unten, das ist das Lager, wir haben ganz viele neue Sachen, ab heute auch im Shop, und zwar, zum Beispiel mein Jogginganzug mit einer richtig chilligen Jogginghose für den Sonntag. Ähm, paar neue Hoodies, neuen Beutel, ganz viel Kladderadatsch jetzt im Shop, und Leute, ich würde sagen, die bringen jetzt hier mal den Leuten ihre T-Shirts und alles mögliche nach Hause. Bis gleich, let's go, peace. Es ist ein Wetter, Leute, es regnet heute den ganzen Tag schon, wir haben jetzt 17, 18 Uhr, und ich werde echt depressiv von dem scheiß Wetter. Ihr kennt das sicherlich. Und jetzt geht es erstmal nach Solingen. Äh, wir haben da eine Adresse in Solingen, und da fahren wir natürlich sofort hin, das ist ja direkt um die Ecke. Bis gleich. Wir sind jetzt angekommen hier bei, äh, der Hanna, noch in Solingen, und es soll jetzt hier wohl irgendwo sein. Wir müssen jetzt mal die Hausnummer suchen, und dann werden wir da mal sofort einen Klingelstreich machen. Können wir ein bisschen hier rein? Sieht man überhaupt was? Ja. Hallo. Hallo. Ja, es geht. Ich hab'n Kammer. Ich hab'n Kammer vorbein. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Nein. Nein. Hallo. Hallo. Ja, Kammer von euch beiden? Ich. Sehr gut. Ich hab' hier einfach eine Mütze für dich. Ja, danke. Die sollst du auf deinem Kopf betragen, den Schreiber-Lieferschein. Wer will den haben? Den nehm ich. Perfekt. Und der Hund ist krank, oder wie? Der ist heute operiert worden. Oh nein. Wow. Und, wie geht's dir? Gut. Freust du dich? Ja. Sehr gut. Ja. Sollen wir noch Fotos machen? Ja. 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 Wollen wir mit ihr mal einfach, oder? Ja. Ja. Perfekt. Achso, ihr wollt zusammen oder einzeln? Ja. Jawoll. Sicherlich. Perfekt. Cool. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. Danke. Gerne, gerne. Okay, ich sag nochmal tschau. Macht's gut. Viel Spaß und genütze. Tschüss. 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 Gut, Hannah ist glücklich. Und sie auch glücklich. Und jetzt geht es nach Essen. Habt noch Essen? Vielleicht mal was essen? Ich finde es einfach scheiße, dass es mir so schlecht geht. Ich verstehe nicht, warum das so sein soll. Ich habe nichts getan. Du hast gestern gesoffen. Leute, wir stehen im massiven, drecksverkackten Scheißstau. Und es ist so deprimierend, Alter. Dieses Wetter und es ist dunkel. Die Son, Freude! Wo ist denn, ähm... Wo ist denn das... T-Shirt? Becker! Lass den T-Shirt so festhalten. Dann wird das im Fußraum, Alter. Hallo! Hallo! Wir wollten ein T-Shirt vermeiden. Das ist einfach schön gescheit. Hallo! Oh mein Gott! Alles gut? Ja, das ist der Christoph. Oh mein Gott! Willst du euch auch nochmal Hallo sagen? Hallo! Nice! Wie geht's dir? Hier erstmal dein T-Shirt. Oh, dankeschön! Und einmal Lieferschein für die Mama. Kannst du einmal Hallo sagen? Ja, sicher. Hi! Was geht ab? Mit wem rede ich? Meine Freundin Lara. Jo Lara, was geht ab? Ich bin's, der Kai. Wir sind hier gerade im Treffenhaus am Verein. Kann ich ein Foto mit euch machen? Ja, sicher. Die Katze darf ich hier noch. Nice. Ich hoffe, ich weiß. Komm mal an. Soll ich Eis hier noch weg? Ja. Ja. Sehr schön. Cool. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Macht's gut, ja. Einen schönen Abend euch. Tschau, viel Spaß mit dem Schö. Tschüssi. Bis dann. Tschau, tschau. So, ihr habt euch noch gefreut. Das war sehr gut. Jo, wir suchen die Laura. Ähm, die Adresse haben wir jetzt hier. Und es müsste jetzt hier irgendwo sein. Die Nummer ist 17. Ist die Nummer? Schauen wir doch mal. Das wird wahrscheinlich das hier rechts sein, oder? Pack doch erstmal hier, mein Freund. Ich packe den Hobel direkt vor der Tür von dem Laden. Wer auch scharf stellen muss. Nee. Schau mal, was von dieser Scharfstellung gehört. Schauen wir doch mal, ob die Laura zu Hause ist. Jetzt hier auch eine Mütze bestellt. Eine neue von der neuen KF Winix. Da bringen wir die doch gerne mal nach Hause. Hoffentlich ist jemand zu Hause. Bei der Laura. Hallo. Von dem KF Shop hier jemand. Jemand oder KF? Oh mein Gott. Vielen Dank. 4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,55,5,5... Ja natürlich. Hi! KF! Pfotam. Wo ist das hier? Alles gut? Gut. Guten Tag. Ich bin hier in Deutschland, wir gar nicht zu Hause. Ok, ok. Ich hab einfach schon mal eine Mütze für dich. Die hast du bestellt. Boysie. Das ist der Lieferschein, wer möchte den. Zähn, dann willst du mal reinkommen. Ich bin doch hier. Ja, geil. Hallo. Wir haben gerade gegessen. Was gehabt ist, leckeres? Ich habe eine Pizza heute Abend. Lecker. Ist noch nichts mehr da. Alles super. Geil. Gerne. Das war eine Mütze. Genau, das war eine Mütze. Das lohnt sich. Ja, das macht man doch. Fans sind Fans, ne? Fans sind Fans. Man kennt mich ja absoluter Fans, ne? Das freut mich. So, dann schmeiß die Kiste an. Gibt's ja gar nicht. Ich muss Udi. Ich kann bestellen. Ja, niemals. Du hast ja heute längst ausschauen, den Udi. Ja. Aber nicht nur den. Auf der Tour, wo warst du denn? Oberhausen. Geil. Also so einmal im Monat oder so, versuchen wir immer mal bei den Leuten vorbei zu gucken. Mama, machst du auch noch mal? Ja, mach du mal. So. Wir sind jetzt hier direkt mit der letzten Lieferung auch fast durch. Und wir sind auch hier. Hast du dich gefreut? Ja. Zöndle, übernehmen Sie die Kamera mit, Larry. Und ja, ich verabschiede mich jetzt hier mal einfach straight aus einer Fremdenvolo. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Checkt mal die nachher neuen Sachen im Shop ab. Wie gesagt, das sind sehr coole Sachen am Start. Und vielleicht kommen wir ja alle zum nächsten Mal vorbei. Schöne Grüße. Peace. Outro